Ja, ich hab dich überholt! Komm schon! Komm, ja! Überlegst du dir nochmal, Spockleide! Wo ist das Ding? Nein! Moin Leute! Herzlich willkommen zu einer Runde von Minecraft Gravity! Und meine Damen und Herren, wir befinden uns am heutigen Tag auf einem Server, der früher mega krass gehypt wurde. Leute, die wirklich schon lange, lange, lange Minecraft spielen, die wissen es vielleicht. Damals die Survival Games Phase, wo man eigentlich fast immer auf Hive gezockt hat. Wir werden allerdings heute nicht Survival Games spielen, sondern, wie schon erwähnt, Gravity. Hi, Menjö! Hallo! Da sind wir! Was das Ganze letztlich ist, meine Damen und Herren, boah! Das geht aber nicht schnell voll. Das Ganze ist eine Art Dropper-Modus. Ihr kennt ja sicherlich alle noch einerseits einfach die Adventure-Map Minecraft Dropper 1 und 2, die wir auch letztens schon mal gezockt hatten. Letztens ist gut, bestimmt ein Jahr her oder so. Ist das schon wieder ein Jahr her? Kann sein, ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Dropper und dann natürlich von Minecraft Mario Party. Oh, jetzt geht's los. Welcome to Gravity. Ach so. Oh. Oh Gott. Hä? Okay, das scheint einfach zu sein. Hä? Hä? Man fällt nur geradeaus runter. Also, ich hab's schon getestet. Was, sind wir denn ins Wasser? Ja, da einfach ins Wasser. Das sind wir ja sowas von gewohnt. Oh Gott. Ach, das ist gar kein Wasser. Oh Gott, meine Beine. Warte, und dann? Hä? Ach, man muss doch weiter runter. Aber da ist ja gar kein Wasser. Oh, ich seh's, ich seh's doch. Da unten ist Wasser. Ja, ich hab's geschafft. Und zack, direkt zum Zweiten. Nein, ach, da ist Wasser. Was? Ja, normalerweise ist das, dass man gar nicht so wirklich noch woanders hinjumpt. Jawohl. Und das Zweite. Zack, Time Left. Oh Gott, hier. Da will ich aber ewig bauen, bis ich da mal unten bin. Ich, ich, ich. Okay, jawohl. P-Dizzle. Oh, da ist mein Feind. Mein Dropper-Feind. Oh, ja, P-Dizzle. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ihr seid echt krass. Zack. Was? Es hat schon jemand geschafft. Okay, warte, ich flieg einfach dem hinterher. Ja, dich krieg ich, du laus. Du fliegst dem hinterher. Zeckst du wieder? Nein, 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 nein. Okay. Da kann ich ein bisschen was aufholen. Ich bin direkt hinter dem Panda. Aber Romano hat schon die Goldmedaille. Oh Gott. Jetzt bin ich hier einfach... Oh, oh. Oh, oh. Nein, nein, nein. Ha, das war so knapp. Okay, ich muss ein bisschen weiter links. Mushroom hat's auch bei 1,13. Komm schon, P-Dizzle. Ja. Hilfe. Zack. Oh, der Ossi. Wie geht das? Wo muss ich... Wir sind immer noch beim Ersten. Ja. Ich weiß nicht, wo ich hier längs muss. Hä, wo ist denn das Portal? Ach, da. Hier, komm. Wenigstens vier da. Patz. Ja. Ich hab's geschafft. Warte mal, kann ich die Respekt... Ich bin Erster. Jemenil, du musst erst ins Wasser. Und dann... Ja, ja, ganz unten aber oder nicht? Ja, ja, genau. Und dann springst du da halt so... Nein. War das knapp. So weit war ich noch nie. So spät ist es nicht, Alter. Wir kommen immer, bitte. Du und noch ein Steve sind die einzigen, die... Nein! Ich war... War das das Ende? Hier ist noch ein Portal. Ich bin mal am Eis. Ja, da war noch was, Schlengiel. Achso. Du hast es nicht ganz... Aber es ist kein Problem. Du und der Steve, ihr habt es halt einfach leider nicht geschafft. Ich hab eigentlich auch keinen Skin. Ach, nice. Du und der Steve, Alter. Die einzigen, die da so ein bisschen reingeschissen haben. Okay, jetzt schnell nach oben. Oh Gott, oh, ich hab's. Nein. Nein! Menjel, wieso schaffen wir das nicht? Ich wollt's gar nicht. Oh, ich... Weil der Typ dein Weg ist! Ja, ich hab's! Der Typ ist auch dein Weg. Sorry, Leute. Alter, Jump'n'Run. Menjel wurde entthront. Nee, ich bin nur hinter dir. Äh, warte. Ja! Just rip me whip. Just watch me nay nay. Oh nein. Du-du-du-du-du-du. Kann ich nicht, kann ich ihm Slash Saat machen? Ja, ja, ja! Ja! Ich war doch schon oben. Nee, ich hab gewonnen. Hä, ich sehe keinen. Ich bin der Einzige da oben. Ich bin runtergesprungen. Grab mich hip. Grab mich quere. Go beat it, padre. Oh, I'm much bigger than that. Okay, okay, okay. Huh? Das ist doch einfach. Hä? Da unten, das ist doch kein Wasser. Doch. Nein. Doch, doch, doch. Nein, Mann. Da muss man wahrscheinlich so richtig an der Seite. Start of life. Ja, an der... Ach, das ist ja richtig easy. Oh! Was? Ich spring wieder hoch. Oh. Nein. Man muss da hoch. Nein, ich bin gefangen. Ja, ich bin... Ich bin der Erste, oder? Wie? Ich kann nicht sterben. Hallo. Äh, du musst da das Eis anbillen. Genau. Scheiße. Ja, lebe ich da. Nein, ich bin schon wieder. Das nächste habe ich auch. Ja. Nein, jetzt... Ja, jetzt räume ich auf. Komm schon, Pediesel. Wieder hoch. Ja. Und jetzt rein. Aber ich bin nur der Zweite. Okay, 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 okay. Ist das da Wasser? Warum ist denn da Wasser? Jawohl. Und rein hier. Nein? Nein. Oh Gott. Was denn? Aufholjagd. Also, was gibt es denn da? Teils für einfache Maps? Ja, ja, die meistens... Es war letztlich jetzt immer nur die Erste. Hm? Jetzt weiß ich, glaube ich, was du meinst. Ja, ja. Ich lipp rein. Oh nein. Nein. Da. Da ins Wasser. Ist das Wasser? Ja. Was? Ja, es gibt auch so Zwischenruhungen manchmal. Okay. Nein. Ein Glasstück hat mich gerade weggefetzt. Ich bin hier mit so einem anderen Willi. Mit Zingy. Zingy, wo ist... Da. Och, ich esse so gern Zingy. Also, komm rein. Nein! Du bist sogar Erster. Ich bin der Erste. Nein. Vom Letzten auf den ersten Platz. Was für eine Maschine. Da, da. Nein, der... Oh Gott. Wenigstens Dritter. Jetzt, jetzt habe ich jetzt... Nein. Ja, da ist so ein Stück Glas noch. Ja, genau. Das erwischt mich die ganze Zeit. Ja. Nein, Vierter. Da ist der Zweite drin. Und der Dritte. Ja. Zingy. Zingy ist vor dir. Oh nein. Zingy, Mann. Was für ein Abstieg. Zingy hat mich... Zingy ist nicht. Okay, direkt... Aber man sieht deinen Namen. Das ist doch schon mal was. Ich war vorhin im Dreck. Ja, du bist... Du und Steve, ihr seid ja nicht mal reingekommen. Also, ihr habt es ja da nicht mal... Danke, dass du es nochmal erwähnst. Wirklich spitze. Oh, jetzt. Oh. Ich bin eine einzige Enttäuschung. Und du wolltest gerade sagen, boah, was? Oder warst du... Ja, ich wollte gerade impressed sein von dir. Aber... Dann habe ich es einfach wieder... Ich meine, du warst mal der Dingensgott. Wie hieß das? Ja, ich habe jetzt schon... Boah, wie lange habe ich eigentlich keinen Twyjum mehr hochgeladen? Drei Monate? Ja, ja. Das wird mal wieder... Die Zeiten sind vorbei. Stimmt, Alter. So wie du... Du bist ja immer noch... Ja, aber die Leute sind auch die ganze Zeit innen. Ich sehe nichts. Mann, meine Handy vibriert auch die ganze Zeit. Was ist hier los? Das bin ich. Kennst das doch. Ah, okay. In deinen Aufnahmen rufe ich dich immer an. Ah, okay. Nee, ich musste hier was weg. Es war... War deine Mutter. Ach, schon wieder? Ja, die... Ich habe ihr gesagt, es ist aus. Hat die nicht gesagt, es ist aus? Nein, ich sage immer, es ist aus. Aber sie kann es nicht akzeptieren. Bestimmt, wird er ihr Anwalt, dass sie in Ruhe lassen soll. Huh? Aber man kann in der Mitte durch. Ja, aber das schaffe ich nicht. Das schaffe ich. Ich schaffe das. Ich schaffe es nicht. Ich weiß, ich bin... Nee. Das ist... Ach, doch. Okay, ich mache das. Ich habe es geschafft! Ich auch. Ja! Oh Gott, in der Mitte ist ein... Ja, ja. Da hätte man sterben können, oder? Ja, da hätte man. Rein! Und? Oh Gott, ich sehe nichts. Okay. Oh, ich sehe nicht fliegen! Ah, da rechts ist Wasser. Da ist ja überall Wasser. Was ist das denn für eine einfache Map? Wo müssen wir längs? Keine Ahnung. Ach, da. Ah, da. Okay. Oh. Ja! Ja, überholt! Ne, ne, ich war vor dir. Oh, stimmt. Hä? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich komme da nicht rein! Nein, nein, ich habe mir die Beine gebrochen! Nein, ich habe mir die Beine gebrochen! Ich habe es. Ich habe es. Meine Beine sind in Ordnung. Nein. Schneller, Peter Diesel. Ich bin... Ich bin zweiter, glaube ich. Ich sehe ihn da vorne laufen. Oh Gott. Hä? Ach so, man kann es auch theoretisch überleben. Ach so. Okay. Ach du Heiliger. Was ist das denn? Aber ich habe es. Oh. Ich habe es auch. Ich habe es auch. Ja. Schnell rein. Nein, das ist das Letzte, glaube ich. Hä? Hä? Wohin muss man? Hä? Äh. Au. Spalette? Wohin muss man? Ich weiß es nicht. Ach so, nein. Was denn? Was denn? Was ist das? Nee, sage ich dir nicht. Bist ein mieser Harald. Ja. Ich lebe. Nein. Nein. Du hast es gesehen, oder? Nein. Hast du es? Bitte. Ja. Ach man, das ist doch die gleiche Zeit. Wie knapp. Was? Das ist doch unkriegt. Du warst hinter mir. Ich war direkt. Ich war in dir. Alter. Das war richtig krass. Mann, ey. Richtiger Harald. Wenn du willst. Also, ich kann eine Schulung mit dir machen, ne? Was für eine Schulung? Vom Steve zum krassen Pop. Oh Gott. Nein. Da fällt er da runter. Maniel ist zurück. Maniel ist zurück. Wird er es schaffen. Oh Gott. Oh ja, ja, ja. Ja. Ja, first try. Ich bin wieder back. Maniel ist back am... Ich schaffe es nicht. Und jetzt rückwärts. Das ist noch schwieriger. Ui. Ich schaffe es sogar rückwärts. Alter, du bist so krass. Also rückwärts das Jumrun zu schaffen, ist noch beeindruckender. Ich bin auch... Ui. Es ist einfach... Ich weiß auch nicht, wie du das schaffst. Also, da ist ein Stück Schokolade. Ja, also, das ist jahrelanges Training. Ich trinke jeden Mal sechs Eier. Was ist denn jetzt? Ich bin... Eier? Sechs verschimmelte Eier, ja, ja. Sechs verschimmelte. Es gibt doch so ein komisch... Oh, jetzt habe ich es auch noch. Schaffe ich es noch? Fünf Sekunden. Was gibt es? Ha, ha, ha. Drei. Nein, ich komme nicht mehr nach oben. Ha, so kn... Ach, Mann. Okay. Oh, wieder das. Wieder das Gleiche. Ey, das ist ja saugeil. Wenn du einfach dann alles kennst und überall durchrennst. Ja, ja. Ja, jetzt... 1,15. 1,15 war unsere... Oh, ich sehe nichts. Ich bin gestorben. Oh, nein. Die haben wir das denn jetzt verkackt. Ja, ich habe es. Oh, Gott. Die sind schon alle da drin. Wieder 20 Leute stehen. Oh, Gott. Rein. Oh, Mann. Okay. Hä? Hä? Jetzt das? Okay. Das muss man aber auch kennen, ne? Ja. Oh, ja. Gott sei Dank. Ja. Oh, Gott. Die rennen alle. Oh, das sind 10 Leute von uns. Die haben sie alle schon fertig, oder? Nee. Nee, nee. Oh, Gott. Da haben wir eine Runde gefallen. Die doofe Map. Die doofe Map. Oh, nein. Au. Nein, da war ein Glasstück. Oh, nein. War die eben auch schon? Ja. Ja. Okay. Ja. Da ist wieder Zingy. Sogar überholt noch. Oh, Gott. Nein. Oh, Mist. Wo geht es denn längst? Da habe ich mir die Beine gebrochen. Ja. 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 Nein. Da ist wieder Zingy. Zwei sind vor mir. Zingy. Komm schon. Und? Ja. Oh, Gott. Auch? Komm, komm, komm. Ja, du bist vor mir. Das wirst du schaffen. Oh, nein. Nein, ich bin auf dem Hotdog. Zingy hat mich. Ja. Auf dem Hotdog? Was hast du ein Gelübd? Warte, jetzt hier. Hier rein. Ja. Okay. Dritter, bitte. Dritter, 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 dritter. Ja. Ja. War noch nie so schrecklich. Ja, Paluten. Alter. Und ich bin auch drin. Mist. Was für die Maschinen sind. Aber wir sind besser als vorher. Ja. Jetzt wird es auch so richtig, jetzt wird es fruchtig. Competitive wird es jetzt. Ja, ja. Hatte ich da gerade 97.000 Coins? Ja. Nee. Okay, wer wird es jetzt schaffen? Oh. Nein. Mann. Ich. Ich. Alter, dieser dumme Spohn. Ich hasse ihn. Wenn du den einmal nicht. Ja. Okay. Nein, ich bin auf dem hier. Mann, der eine Typ. Der war in mir. Hör doch auf, da einmal stehen zu bleiben. Mann, dieser eine Typ, Mann. Will der mich verarschen? Ja. Erster. Der Gewinner kommt dir einfach entgegen, ne? Sechs Stunden, nachdem er im Ziel war. Und der, der letzte sagt er, ja, erster. Wir stellen mir den echt, echt so geil vor. Bei den Olympischen. Dann sind die erste Plakette um den Hals. Der Gewinner kommt dir entgegen. Oh, was ist das denn jetzt? Oh, das ist, das ist was. Oh nein, das ist was anderes. Warum, warum gibt es denn hier andere Sachen? Wird es immer nur dasselbe geben? Ja, das ist Ruins, DNA, Alter. Oh Gott, ich. Oh. Oh, ja. Das schaffe ich. Ja, ich schaffe es auch. Ja. Ey, wo bist du denn gelandet? Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Okay, okay, okay. Und runter. Oh Gott. Das ist aber gar nicht stehen. Oh Scheiße. Oh Gott. Ja, doof, ne? Oh Gott. Da war ein Glasstück. Mann, ich. Hey, ich komme da nicht. Alter, das Glasstück. Au. Oh ja, das ganze Glas ist ja richtig penetrant. Aber ich habe es. Was? Und Steve ist neben mir. Nein, ich schaffe es nicht mehr, Neil. Ja, und jetzt? Nein. Ey, das ist ja. Ja, 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 ja. Ja, ich habe es endlich. Das nächste ist eigentlich auch einfach. Oh nein. Aber ich bin, ich bin weit zu. Uh, ja, das hatten wir auch schon mal. Und? Oh Gott, was ist das denn? Oh nein, ja, was ist das denn? Komm, hier, hier, hier. Komm schon. Vielleicht auch wohl jagt. Oh nein. Ja, ich habe es richtig verkackt. Ich sehe da jemanden. Oh Gott. Oh Gott, bin ich weit davon entfernt. Oh ja, okay. Du bist. Ja, ich habe dich überholt. Komm schon. Komm, ja. Ich bin nicht. Ja. Überleg es dir nochmal, Spuckleide. Wo ist das? Wo ist das Ding? Nein. Ja, ich bin vorhin. Nein. Und? Was ist das? Nein. Ja. Ich habe mich... Eine Sekunde. Das kann doch nicht wahr sein. Warum? Aber jetzt kommt die wichtigere Frage. Werden wir das Jump'n'Run schaffen oder nicht? Wer wird als erster vorne sein? Okay. Nein. Jetzt zählt der Versuch. Okay. Okay. Nein. Okay, zweiter Versuch. Oh. Oh. Nein. Du hast es. Ach Mann. Habe ich es? Habe ich es? Bist du oben runtergefallen? Und ich bin oben. Ja. Nein. Ach Mann. Du mieser Harald. Aber wenn ich es schaffe, ich schneide es so, dass ich da als erster rankomme. Warte, ich gebe dir nochmal ein Stück für deine Aufnahme. Oh, du bist erster. Ja. Ist verrückt. Oh. Ich... Was ist denn hier los? Vor allen Dingen die viele Versuch... Warte, wir können den Leuten nochmal was bieten. Guck mal nach oben zu mir. Ja. Ach, achte. Hier. Ui. Alter. Ja, ui. Du bist auf jeden Fall der Drober-Pro. Ich bin der Auserwählte. Du bist auf jeden Fall der Auserwählte, Alter. Ey, das ist ich da. Ich habe da irgendwie... Ich bin nicht mehr der Auserwählte, Alter. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Das war es. Ja, aber das bist du schon seit Jahren, ne? Warte ich es? Ja. Was? Damals die Palette von 2015. Ach, die war noch nett. Ach, die war krass, Alter. Oh. Alter, hier brennt es. Wie schaffen wir es? Wie schaffen wir es? Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Das sind Menschen. Oh, ja. Oh, nein. Hä? Hä? Ich dachte, ich wäre tot. Ja! Ja, geil. Ich bin jetzt gestorben, weil ich dachte, ich wäre tot. Ich glaube... Oh, da oben muss man längst. Oh, krass. Alter. Ich habe es wieder nicht. Au. Du hast so einen Vorsprung. Du hast so einen ekelhaften Vorsprung. Ja, aber ich bin hier gerade... Könnte es passieren? Ich sehe zumindest. Doch, nein! Nein! Panda! Ich muss den jetzt, das letzte Ding, ich muss ihn überholen. Alter, wie schafft man das? Ich fliege jetzt mit dem Panda. Da ist das Wasser. Nee, er hat es auch nicht getroffen. Nochmal runter. Und jetzt? Da. Ja, ja, ja. Nein! Nein, Romano! Romano, was? Mann, ich dachte. Ja, 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 ja. Ja, ich bin... Ich bin Vierter. Ja. Mal gucken, ob ich es schaffe. Also das Zweite hat mich komplett zerstört. Und das Dritte. Was ist denn das wieder? Also das fand ich eigentlich relativ easy. Das Dritte ist... Nee, ich meine gerade, das Dritte ist einfach richtig einfach. Da gehst du einfach rein. Ach so, ja. Du hast gewonnen. Oh, ich kann den... Ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Oder das Vierte. Och, Mann. Ach, Schlingel, sei nicht traurig. So, meine Damen und Herren. Ich würde mal sagen, das war es mit der heutigen Folge von Minecraft Gravity. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Während wir dem kleinen Schlingeln vielleicht nochmal zugucken, wie er runterfällt. Ja. Ah, da läuft er. Ja. Ja. Ach da. Sehr gut. Ja, wie gesagt, lasst eine Bewertung da. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei und habt noch einen kaum auf den Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.